und und schießt nicht spammen schießt ja gott und flanken mit viel ja nicht so fast gut dabei ich hatte mit dieser situation hat nichts zu tun sie hat das selbst gemacht sie hat das selbst gemacht sie hat selbst zu sich geflankt hat mit brust angenommen mit kopf nein nein das habe ich nein nein das ist feld das ist zu viel das ist feld ich habe ich habe 20 noch nie in ecken tor geschossen was ist das denn sie macht eckentor alles nimmt mir brust an und macht kopfballtor nein torwart man digga ich drücke mit war an den knirschen was war das denn habt ihr das gesehen ich sage es immer wieder freunde ich sage es immer wieder dass dieses spiel einfach nur dumm ist ich sage es immer wieder ich habe mir vor sowas passiert so im wm-finale du hast gar kein vertrauen in muauber bleib einfach in der mitte schießt 100% mitte das ist neymar classic einfach nein wo ist der ball wo ist der ball der ball ist einfach weg ne jungs nein habe ich das kann wirklich gesehen habe ich das kann wirklich gesehen ich bringe flanke ja auf dem zweiten pfosten genau das wird angezeigt eusebio kriegt den ball ist genau die kette da denkt sich doch achtung gegnerischer rüller steht übrigens da hinten da denkt sich doch der ribery den klaue ich doch okay er will unbedingt das vor machen von mir aus und dann köpft er den einfach an die latte und da frage ich mich doch wo hat eigentlich dieser rüller gerade kein tor geschossen was hat er gerade verteidigt da hört es mir auf der olaf junge 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 ich drücke ich drücke x 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 ich drücke ich werde das super so ich will mich mehr ich will mich mehr hör auf maine oh mein gott oh mein gott jetzt hab ich es gesehen tor des jahres höh Tschüss. Tika. Tika. wie auch immer der ball nicht ankommen konnte aber okay ja ja natürlich geht er rein ich bin hier im pc Er nimmt den Kopf, er nimmt den Kopf! Bleib ruhig ne? Wie schön ist der? Was ist für Team denn? Scheiße! Oh! Okay! Okay! Eine der schönsten Tore der Weekend League? Was ist das denn krank? Warum jetzt? Warum jetzt? Guck mal! Was ist das Bruder? Was ist das? Kippt das meiner! Er macht auch noch den hier! Digga, hätte er den gehalten! Hätte Phantas den gehalten, hätte ich den angezeigt! Wegen Körperverletzung im Kopf aber mental! Mentaler Missbrauch! Oh mein Gott der ist drin! Klippt das! Klippt das einer! Was macht er draus? Und jetzt die Chance! Er nimmt sie direkt! Das ist richtig! Jetzt wird der Hops genommen! Bitte! Aua! Erstmal Hustabfall bekommen! Ich nehme jeden Ball auf! Mein Kontroller ist kaputt! Das ist kein Mädchen! Oh! Elfmeter! Schieß du! Okay! Wohin? Mit dem Kreis und nur kurz auf Kreis drücken und mit dem linken Stick dieses in der Mitte bewegen! Aber aufpassen! Gleichzeitig oder was? Nicht neben das Tor! Drück Kreis! Bisschen! Nicht so fest! Und jetzt nach unten oder so! Irgendwo halt hin zielen! Nicht so weit! Ja! 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 Er gibt Elfmeter! Ich glaube den Horte rein jetzt! Ich glaube den Horte jetzt rein Digga! Scheiße! Ja! Digga! Klippt das! Klippt das Digga! Oh mein Gott Digga! Halt's mal! Digga! Was macht der Tess Digga? Er muss doch doch nur den Ball aufheben Digga! Wie ein Start ist bei diesem Scheiß! Jetzt kriegt er einen Foul! Sogar da fliegst du runter wenn du schon auf der... Dieses Spiel ist so los! Auch flieg ich runter und Bad Boy ist nicht der auf der gleichen Höhe ist! Oh der Gegner! Was ist jetzt los? Ah schau mal! Ich habe einen Bug! Schau mal her! Ah jetzt nicht mehr! Doch! Schau mal her! Alle Spieler gehen in den Mittelkreis! Kann das mal einer klippen? Kann mir das mal einer klippen? Ich bin gerade nicht im Stream! Muss schwitzen! Dominik klipp mir das mal! Oder Eldin! Ich bin auch am schwitzen gerade! Schick mal! FIFA Deutschland! Schaut euch das mal an! Herrlich oder? Und jetzt schieße ich ein Tor! Könnt ihr dann an FIFA Deutschland schicken! Ja ja mach ich auch! Könnt ihr auch machen! Wow! Und was passiert jetzt? Ach jetzt kommt der Freistoß! Achtung! Oh mein! FIFA Deutschland alter! Der Teppich alter! Was? Könnt ihr einen Clip machen? Ach komm! Ach komm! Clip! Pfosten! Latte! Innenpfosten! Kacke! Das brauchen wir ja nicht! Das ist genau wie in der Torlinientechnik! Das ist ja sowieso von Computer aus gemacht! Also Fehler sollte es ja eigentlich bei dem Spiel nicht geben! Ich denke mal das ist einfach nur so ein cooles Addon! Das ist einfach ein bisschen schicker! Der Satz! Den müssen wir einmal klippen bitte! Bei dem Spiel nicht geben! Oh! Ich glaube das wird ein Subalert oder? Von Computer aus gemacht! Also Fehler sollte es ja eigentlich bei dem Spiel nicht geben! Digga! Sei du Papekano man! CT CPU Block man! Wo eigentlich Tor sein muss! Ich schwör gleich! Schaut euch das an! Mann! Wieso spiel ich dieses Spiel? Bitte geh rein! Digga! Das kann ich nicht mehr! Dieses Spiel ist einfach nur schlecht alter! Dann habe ich es weg gemacht! Was geht hier? Digga! Hier! Tor des Monats! Wo ist Pascal? Mach mal ein Clip! Moin! Alles klar! Geht kein Gelb-Rot! Was? Wieso habe ich denn nicht? Hä? Hä? Du hast eine rote Karte bekommen und wurdest vom Platz geschickt! Digga! Ich bin Annie! What the fuck? Hä? Woll ich nicht verarschen? Na moin! Bester Bug! Woll ich nicht verarschen Digga! Mein Spiel spielt jetzt einfach alleine! Ah ja! Hä? Digga! Das ist ein Bug! Ich mache jetzt mal Werbung für FIFA 21! Mein größter Traum wäre, wenn so eine Scheiße einfach nicht mehr passieren würde! Jetzt mal ganz im Ernst! Wen wollen die denn verarschen? Was ist das für eine Programmierung? Ich mache extra beim Kopf zum Tauber, dass er den in die Hand nimmt! Aber irgendwie hat er nicht so Lust! Oh shit man! Oh shit man! Ey was ist hier los? Mach jetzt geht ab! Oh mein Gott! Clip! 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 Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Komm Lotta! Ah fuck! Ich dachte... LOL! What? Alter was war das? Klippen Hä? Ey ich dachte save der hielt den Hä? Digga was macht ein Torwart? Digga wie kann der da dabei bleiben? Ähm Mein T-Shirt ist kaputt. Das war's komplett Und mein Stick ist ab Mein T-Shirt ist ein bisschen kaputt Lass mich zurückzimmern Nein man Jaa wir sind Wir sind Jaa Ey die geile Die geile Susten Oh my god Oh my god Wie geil ist das denn? Fabian? Fabian! Boots! Was? Jaaa Mein Astro ist da Shepard Scheiße hat man das gesehen? Nein Mein Astro ist da Shepard Nein Mein Astro Ja Fabi Hab ich verstanden? Was ist da passiert? Was ist da passiert? Was ist da passiert? Kiffi alles gut bei dir? Kiffi alles gut bei dir? Ich hab ihn sogar reingedrückt Scheiß Pissgesicht So machen wir das Abwehrspieler mal wieder Abwehrspieler mal wieder Habt ihr gesehen wie das klappt Leute Schaut mal zu dass ihr das einmal kapiert So machen das Abwehrspieler in dem Spiel Dann gehts zum Mal Abwehrspieler Nein Faktos Schaut Faktos Abwehrspieler Abwehrspieler Oh mein Gott, oh mein Gott. Trippel Pfosten, Pfosten, Pfosten raus. Meine Fresse, Alter. Wieder Pfosten, ey! FIFA-Deutsch und ich komme. Geht halt so, es hält gleich noch Tag aus hier, ne? Nein, warum ich nicht auf Zeit? Ah, Gegenteil. 3-3. 118. Oh, das ist peinlich, das ist peinlich, das tut mir leid. Sorry. Oh Mann. Oh Gott. Ey, wo wirft ihr hin? Ey, stopp, ich kann keine Spieler wechseln. Ich schwöre auf meine Mutter, schaut, 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 ich kann kein L1, kein... Ich schwöre auf meine Mutter, ich kann nicht Spieler wechseln. Was ist das, Mann? Was ist dieses Spiel, Mann? Was soll denn das? Ich schwöre, ich hab keinen Bock mehr. Mach hoch, Rabona, L2. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Hab es Wettetgetout? Ja, Moin! Hahaha, Juhu! Der ist jetzt so typisch FIFA, ne? Wie der seine Pässe spielen kann. Wie der seine Pässe spielen kann, ne? Guck mal, ey, das ist Modric. Das ist Motherfucking Modric! Das ist Motherfucking Modric! das ist nicht irgendeiner das ist modric ungestörter ball der kommt nicht an guck mal wie der läuft und so ne wir haben so krasse spieler und die kriegs nicht geschissen leon daraus zu ballern und dieser scheißpfosten ich hasse es so krass guten tag mein name ist jeffren linkura ich arbeite für ea sports vancouver canada also sie haben gesehen ich glaube dieser trailer spricht schon für sich schlagen sie jetzt zu fifa 21 sie werden dich auch gegratet by the way dankeschön dankeschön so so